Liebe Mendova-Fans, es ist soweit. Wir spielen am 1.12.2017 in der Eventwerkstatt in Wetzlar unser Jahresabschlusskonzert. Wir freuen uns riesig wieder in der Heimat zu spielen und wir sind jetzt hier vor Ort und hier laufen schon die Vorbereitungen seit Wochen und wir wollen uns jetzt schon mal unser Bühnenbild angucken. Heiko hat hier wochenlang gearbeitet. Ich bin jetzt selber total gespannt, was hier passiert. Wir gehen mal rein. Ich bin aufgeregt. Sind wir bereit? Okay. So. Hier sind wir. Das ist jetzt die Bühne von Mendova. Ja, das ist schön auf eine Art. Hier stehen wir dann. Ich freue mich drauf. Mir bleibt nichts mehr zu sagen außer Bühne frei. Toll! Mann ey! Mendova. Ja, Freunde. Aber nur mit War anstatt DIAO. Nochmal die Erinnerung, 1.12.2017, Eventwerkstatt Wetzlar. Das ist ein Wochenende. Das ist ein Wochenende. Da sind wir leider mit dem Kram weg. Da sind aufgeregt. Das ist Politiker auf einem Torter und ein ganz oats. Ich bin jetzt für Sie. Das war ein vorstellen. Ich bin jetzt für Sie nicht. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt für Sie. Ich bin jetzt für Sie. Ich bin jetzt nicht mehr gegangen. Ich bin jetzt für Sie. Ich bin groß الف频ster in der Stelle. Das ist für Sie. Ich bin sonst auch für Sie. Ich bin großartig. Ich bin da- nur ich dollar und noch in die Situationって pour Sie was ich abgestattet habe. So You should know, man kann also anstre swellig gehen sieht hin. Ich bin ganz kurz auf jeden Fall. Wow, man kann auch mich im es Quand-Siebegeben haben. Ich bin jetzt schon mal wie bei Hallsken der Vielen Dank.